Wir kommen zu unserem Überraschungsgast. Das hat der ein oder andere mit Sicherheit schon mitbekommen. Ein deutsch-luxenburgischen Wissenschaftsjournalist unter uns, der ja eigentlich als Fernsehmoderator bekannt geworden ist. Er ist aber auch Lehrer, Elektriker und Buchautor. Er hat Ingenieurwesen der Nachrichtentechnik studiert und ein Studium der Physik und der Mathematik erfolgreich absolviert und war von 1970 bis 2011 Redakteur beim WDR. Seine Sendungen, ich glaube, zumindest die, die so meinem Alter sind, die kennt jeder. Die Einführung in die Elektronik, damit ging es so 1972 los. Die Welt des Schals, die Wissenschaftsschau, die Hobbythek, die ich persönlich regelmäßig gesehen habe und viele, viele weitere Sendungen. Das würde jetzt, sage ich mal, mindestens zehn Minuten dauern, um das alles vorzulesen, was mein Gast hier alles in seinem Leben erreicht hat. Er hat über 80 Bücher in den letzten 30 Jahren veröffentlicht und auch sehr viele Ehrungen bekommen. Zuletzt 2020 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für seine jahrzehntelange Arbeit im wissenschaftlich-publizistischen Bereich. Und ich bedanke mich und freue mich wirklich, dass er gekommen ist, unsere Einladung hier vom BKWK gefolgt ist, hier nach Berlin zu kommen. Begrüßen Sie mit mir und einem großen Applaus Jean Pütz. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Ja, das finde ich auch ganz toll. Ich bin ja der Ältere. Das finde ich toll. Und der Kleine, obwohl Sie der Kleine sind. Ja, das ist wohl so. Gut, wollen wir uns setzen? Ist vielleicht angenehm. Da soll ich dir schon mal ein Stückchen Wasser einschütten hier. Das ist noch gar nicht drin. Das mache ich mal gerade. Ist jetzt stilles, ne? Aber ich weiß, du bist nicht still. Deshalb brauchst du auch ein ganz ein bisschen stilles Wasser bekommen. Gut. Wunderbar. Wenn du mehr brauchst, sag Bescheid. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen so ein spontanes Interview, was wir natürlich überhaupt nicht vorbereitet haben. Ich muss dazu sagen, ich bin ja mittlerweile ein Greis geworden. Aber ich kann es nicht lassen. So gewisse Handicaps habe ich, aber sie sind noch nicht im Kopf angekommen. Das beruhigt uns alle. Guck mal, ich habe ein Bild mitgebracht hier. Bilder aus der Wissenschaft, 1990. Ach so. Das ist schon so von früher noch. Ja, das war es. Und das Wichtigste dabei, das hat mich auch beeindruckt. Hier, der Sonne eines Chans. Das hast du 1990 die erste Sendung von gemacht. Und worum ging es da damals eigentlich? Was waren die Hauptthemen damals? Ja, vielleicht solltest du mir sagen, also ich habe ja ziemlich lange studiert. Und ich bin ja auch Luxemburger. Und deswegen habe ich noch den Zweiten Weltkrieg so richtig mit allem mitbekommen, mit allem drum und dran. Und deswegen habe ich neben meinem Fachstudium, also Physik, Mathematik, und habe ich mich in der Fakultät, Volkswirtschaftliche Fakultät eingeschrieben und habe Soziologie studiert. Das hat acht Jahre lang gedauert. Und zwar empirische Soziologie bei René König und vor allem dem König der empirischen Soziologie. Der war der Herr Scheuch, der Professor Scheuch. Und da wollte ich einfach wissen, wie ist das gekommen, dass ein zivilisiertes Volk wie die Deutschen, so kam es mir jedenfalls vor, einem solchen Verbrecher und Psychopathen überhaupt eine Chance gegeben hat. Leider habe ich gelernt, dass es überall sein kann und dass wir auch nicht gefeit davon sind, dass das heute geschieht. Und deswegen mische ich mich immer noch in die Politik als überzeugter Demokrat. Und ich habe am meisten davon profitiert, Sie vielleicht noch ein Stück, also du vielleicht noch ein Stück. Denn wir haben 70 Jahre, 75 Jahre Frieden gehabt. Und wenn man den Krieg als Kind erlebt hat, dann weiß man, was das zu schätzen ist. Ja, definitiv. Also da hoffen wir, dass wir da nicht wieder hinkommen und dass wir das auch nicht wieder, zumindestens bei uns in Deutschland, miterleben müssen. Es ist traurig genug für diejenigen, die, sage ich mal, dort für eine sinnlose Sache eigentlich marschieren müssen, sterben müssen. Das ist nicht gut. Aber trotzdem nochmal zurück. Damals deine Sendung, der Sonne eine Chance. Was waren so die Hauptthemen, die du damals da drin gespielt hast? Und war das damals, als so Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke eigentlich so das Nonplusultra war, damals nicht schon eine sehr mutige Sendung, die du da gemacht hast? Ach nein, ich habe damals schon die Kernkraft, obwohl ich nicht genereller Gegner davon bin, aber die habe ich schon ausgespart, weil wir kommen wahrscheinlich auch ohne das aus, hoffentlich. Ich kann es nur hoffen. Aber Energie, das Thema Energie, das ist ja auch das, was einen Physiker natürlich interessiert. Wir können sämtliche Formeln von der Energie ableiten. Und deswegen war das für mich so wichtig, dass meine allererste Sendereihe, und zwar bin ich da gar nicht selbst aufgetreten, das war eine Art Dokumentation. 13 Folgen hieß die Energie, die treibende Kraft. Physiker haben mir gesagt, Energie ist keine Kraft, wie kannst du das sagen? Aber heute wissen wir das. Heute ist es so, dass es die Treibkraft der Volkswirtschaft ist. Und wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Und damals habe ich schon den Begriff Nachhaltigkeit geprägt. Und zwar, wir dürfen mit den Ressourcen dieser Erde so umgehen, dass unsere Kinder und Kindeskinder, ich habe ja dazu einige beigetragen, ich habe auch einige Kinder noch, und dass die die gleichen Chancen haben, schwer spielt man davon, als wie wir. Und deswegen war für mich Energie immer ein ganz entscheidender Aspekt. Aber ich war ja mal Elektromechaniker. Und da habe ich gesagt, ich muss vor allen Dingen, wenn es mir überhaupt eine Chance gibt, muss ich auch den Handwerkern überhaupt, das ist ja heute ein Mangelbegriff, da muss ich denen geben, dass sie auch begreifen, wie unsere ganze Technologie, die ist ja über die Menschen weggerollt. Deswegen, keiner versteht das mehr. Und ihr habt auch gerade, ihr habt ja so ein wichtiges Gebiet. Ich fand das so toll, was hier geschehen ist. Also ich habe ja früher immer gesagt, Vernunftbegabte aller Bürger, vereinigt euch. Und ihr seid alle vernunftbegabt. Da dürfen wir uns selber applausieren. Danke. Also die Technologie ist so über uns weggerollt, dass die wenigsten Menschen dem noch folgen können. Deswegen ist der Populismus heute in der Politik so auch verbreitet. Und ich kann wirklich nur sagen, ein Politiker, der nicht auf Populismus setzt, hat keine Chance. Und das ist das große Problem unserer Demokratie. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euer Wissen auch verbreitet. Das ist relativ wenig verbreitet. Also die Schwarmintelligenz der Deutschen in Sachen Technologie, insbesondere was Energie anbelangt, dass die treibende Kraft ist, die ist relativ niedrig. Und deswegen, ich weiß es nicht, wie man es machen soll. Ich versuche ja auch bei Facebook das nachzuholen. Aber es ist mir nicht, die Hobbitek war zum Beispiel ein trojanisches Steckenpferd, um Menschen überhaupt davon zu überzeugen, dass Wissenschaft und Technologie das Wissen darum, dass das einen Vorteil bringt. Mir hat das einen enormen Vorteil gebracht. Und deswegen habe ich mich immer an die kleinen Bürger, nicht an die Großkopferten. Also mich interessiert auch selbst die Wissenschaftler. Lass mich da nochmal nachhaken. Also du hast ja 1990 schon, sage ich mal, gesagt, lass uns die Energie vom Himmel holen mit Sonnenkraft. Du hast ein kleines Kraftwerk aufgezeigt. Das war damals schon KWK. Ganz innovative Dinge, Dinge, die wir heute eigentlich noch diskutieren. Also wenn man sich die Sendung anguckt, gut, die ist ein bisschen anders, nicht ganz so farbig wie heute. Aber die Inhalte sind am Ende des Tages die gleichen. Was haben wir falsch gemacht? Was hat die Branche falsch gemacht? Wer hat was falsch gemacht? Oder war es die Politik? Ihr habt ja wirklich Großes geleistet. Also ich meine, für mich ist die Kraft-Wärme-Kopplung die Möglichkeit, wirklich vielleicht mal so das, was als Wunschdenken mittlerweile bei den grünen Ideologen Politik geworden ist, das aber nie so realisiert wird. Aber wenn überhaupt, dann ist das nur mit Kraft-Wärme-Kopplung möglich. Aber da können wir ja noch drüber reden. Damals habe ich bewiesen, dass die meisten CO2 in der Wärme entstehen, und zwar in den Häusern, in den Gebäuden. Und dann habe ich nachgezeigt, dass man mit technischen Mitteln die ganzen, immerhin auf 10% reduzieren kann. Wenn das damals, das war ein Bild aus der Wissenschaft, dem Flaggschiff der ARD, wenn das damals ein wenig in der Politik, aber das war vielleicht auch dann zu kompliziert, aufgegriffen worden wäre, hätten wir heute keine Probleme. Später hat man den Verkehr sozusagen als Bösewicht gesehen. Nur, weil es ein Auto gab, was hinten nichts mehr rausbrachte. Das ist so einfach. Hinten gibt es keinen Auspuff, also ist das umweltfreundlich. Das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt, eine ökologische Katastrophe. Ich kann das beweisen, aber ich will das jetzt nicht, ich habe mich auch da betätigt. Also jedenfalls, damals konnte man sehen, wenn wir in den Gebäuden etwas intelligenter, unter anderem auch mit Gas-Wärme-Pumpe oder der Bruder ist natürlich hier die Kraft-Wärme-Kopplung, wenn das damals schon gemacht wird. Also intelligent Energiestoffe verbrennen, intelligent und nicht mehr einfach nur hier Gas-Therme an und aus. Das ist das, was ich fordere. Wenn überhaupt heute noch Wärme erzeugt wird, dann muss das intelligent geschehen, zum Beispiel unter anderem in Form von der Kraft-Wärme-Kopplung. Genau, und da hat sich, was der Technik angeht, ja doch eine ganze, ganze Menge weiterentwickelt. Aber trotzdem, also ich verstehe das immer noch nicht so richtig. Ich meine, der PKW-CO2-Ausstoß, 8 Prozent Wärme in Gebäuden, ist das Problem schlechthin mit über 60 Prozent Energieressourcen übereinsetzt. Nein, 40 Prozent. Sorry, genau, 60 machen die restlichen, ist viel nur an Industrie. Aber die 40 Prozent trotzdem, da sind wir ja nicht wirklich weitergekommen. Was machen wir in der Kommunikation falsch? Müssen wir da andere Bilder malen? Wie können wir Menschen motivieren, dort dranzugehen? Also ich muss ehrlich sagen, vielleicht habe ich da auch versagt. Ich wollte ja den einfachen Menschen informieren, aber die Schwarmintelligenz der Deutschen, in der zugegebenermaßen, in der sehr immer komplizierter werden Technologie, da gehört nicht nur die ganze Digitaltechnik dazu, dass die nicht besonders sozusagen entwickelt ist. Deswegen ist es einem Musk gelungen, der mit seinem Tesla da glaubt, er hätte die Welt, der würde die Welt retten. Und es gibt ja viele, die fahren dieses Elektroauto und meinen, sie würden damit wirklich was Gutes tun. Aber selbst, ich plädiere ja für einen seriellen Hybrid, das ist das Auto, was am wenigsten Energie braucht von A nach B, ob das elektrische oder ob das Treibstoff ist. Aber da hat sich die Politik eingemischt und fördert zum Beispiel jedes reine Elektroauto mit einer unheimlich schweren Batterie. Also früher hat man die Autos möglichst leicht gebaut und jetzt plötzlich hat es keine Rolle mehr. Wobei den grünen Ideologen, ich sage, je schwerer ein Auto ist, und das ist ja direkt proportional mit der Reibung. Und wie geschieht die Reibung? Die geschieht im Reifen. Und was geschieht am Reifen? Das ist Feinstaub und, ganz schlimm, das weiß man ja, der Mikroplastik. Und das wird aber alles nicht bedacht. Und es gibt aber die Möglichkeit, wie zum Beispiel hier die Kraft-Wärme-Kopplung, das auch im Bereich des Autos zu machen. Und da muss man noch drüber reden. Aber ich wollte jetzt nur sagen, es gibt Möglichkeiten, unsere Welt wirklich Energie, die Energie so zu optimieren, dass diese ganzen Probleme, die jetzt aufgetreten sind, und man hat ja völlig vergessen die Wärme. Die Wärme ist völlig vergessen worden. Die Grünen haben geglaubt, sie könnten, indem sie den Strom auf regenerative Energien umstellen, das würde reichen. Da war irgendeiner, der hat Ihnen noch eingeblasen, da gibt es ja die sogenannte Wärmepumpe. Ich finde es eigentlich eine Katastrophe, auch die elektrische Wärmepumpe, selbst wenn ich aus einem Kilowatt drei oder vier Kilowattstunden mache, Kilowatt, das muss man unterscheiden zwischen elektrischer Arbeit und Leistung. Also selbst wenn nicht das geschieht, die einen Kilowatt, die müssen auch produziert werden. Und ich bin ganz sicher, ich habe mir jetzt für 22.000 Euro noch eine Batterie zugelegt, weil ich glaube, dass es nicht mehr lange dauern wird. Ich habe ja jetzt gehört, dass die Frau Neubauer, unsere Ministerin, dass die hofft, dass zwei Jahre überstehen, dass zwei Jahre überstanden werden. Und das glaube ich aber nicht, denn mittlerweile sieht man ja schon, nicht umsonst sind sämtliche Elektroheizungen ausverkauft. Ich finde die Wärmepumpe schon besser, als wenn man jetzt wirklich eine reine Stromheizung macht. Das ist doch die einzige Chance. Dann würde ich mir also doch eine Klimaanlage mir irgendwo einbauen. Das ist ja auch eine Art Wärmepumpe. Aber wir brauchen ja trotzdem in Deutschland unheimlich viele Energie. Glaubst du denn, dass wir das wirklich in Deutschland selber schaffen? Ich meine, das ist ein hoher Anspruch. Ich glaube auch, dass man regional deutlich mehr machen kann über die Windkraft und wenn man die Potenziale in der Region hebt. Aber wie ist so dein Eindruck? Schaffen wir das als Deutscher alleine oder sind wir nach wie vor immer noch auf das Import von welchen Energien auch immer angewiesen? Und wie sieht das aus in deiner Welt? Also ich bin bekannt als rheinischer Optimist. Es hätte immer noch Jod gegangen. Aber wissen Sie, ich weiß nicht. Ich habe ziemlich viel Pessimismus. Ich hoffe, dass wir dieses überstehen. Aber eins ist ganz klar und ich meine, wir haben ja immer mehr Industrien verloren. Ich glaube nicht, dass es uns gelingt, die Arbeitsplätze in der Industrie zu halten. Ich schätze, dass in fünf Jahren etwa die Hälfte der Arbeitsplätze rutschgehen. Und womit haben wir Geld verdient? Warum ist unser Wohlstand? Warum haben wir das uns alles leisten können? Das ist, weil wir durch die Leistung der Industrie exportieren konnten. Wir waren Exportweltmeister. Jetzt kann man natürlich die ganzen, also das russische Erdgas da sozusagen für ewig und nicht versiegbar angesehen haben. Die kann man ja beschimpfen. Aber das Erdgas, das wir aus Russland bekommen haben, viel zu billig und hat uns also sozusagen in den Schlaf gebracht. Das Erdgas, das ist mitverantwortlich, das billige Erdgas, das wir Weltmeister im Export geworden sind. Jetzt allerdings hat keiner gemerkt, dass uns von Chinesen sozusagen die Butter vom Brot genommen wird. Und dieses Auto, dieses serielle Hybridauto wird mittlerweile schon in China produziert. Das Schlimme ist ja daran, dass wir uns damit begnügen, dass das nur die Reichen kaufen können. Schauen Sie mal die ganzen Straßenparker in Köln. Lieber Gott, ich wohne mittendrin. Und wo sollen die denn laden? Ja, wo soll das geschehen? Und das Hybrid, dieses serielle Hybridauto ist nicht teurer als ein Verbrenner. Aber da hat da irgendeiner sich da ausgedacht, also das Verbrennerauto, das Verbrennermotor ist der Teufel. Genauso wie CO2-Teufel ist. Es ist kein Teufel, es ist ein Wertstoff. Wir müssen es demnächst so bald wie möglich abpacken. Das ist etwas, worüber ich noch nicht geredet habe hier. Das ist super. Ihr müsst unbedingt hingehen und egal wo, CO2 muss abgefangen werden, das ist nämlich ein Wertstoff. Wir hatten es ja doch so ein bisschen mit drin zumindest, wo es dann ins Gewächshaus reingegeben wird, wo wir teilweise Kohle draus machen. So ein bisschen haben wir es angerissen, aber ich bin dabei. Ich glaube, die Karte kann man deutlich mehr spielen, dass wir dort einen wertvollen Stoff letztendlich haben. Aber du hast gesagt, ihr macht so viel falsch. Wir haben seinerzeit viel investiert in die PV, wir haben viel in die Windkraft investiert und diese Firmen, die gibt es in Deutschland eigentlich nicht mehr. Was läuft da falsch und was muss anders laufen in Zukunft? Also das beginnt ja, und ich meine, ich habe selbst einen genialen Unternehmer gekannt, also persönlich bin ich mit ihm befreund, der Aspekt der Solar World geschaffen hat. In Friedberg heißt es, glaube ich, da in Sachsen, da hat er eine riesen Fabrik gebaut. Und warum? Weil mittlerweile die Chinesen mit ganz viel Dumping die Photovoltaik nach Deutschland exportieren konnten und die Politik überhaupt nicht aufgepasst hat. Da hat er Pleite gemacht. Jetzt ist das weg. Jetzt sind wir darauf angewiesen, Gotau zu machen, denn Chinesen, die uns auch noch ihre Photovoltaik-Paneele schicken. Das ist eine Katastrophe, das hätte die Politik wissen können. Und da muss ich auch, bei Merkel kann ich leider kein besonders gutes Zeugnis ausstellen. Ja, fehlt es uns da an Risikokapital oder was fehlt, dass wir einfach hier drinbleiben, um auch Innovationen von nach vorne zu bringen? Es fehlt wiederum Schwarmintelligenz. Es fehlt die Einsicht, dass Technologie ein Wert ist an sich. Und ich will jetzt nur ein Beispiel. Ein Freund von mir, der hat eine Werkzeugschleifmaschine entwickelt auf ein Tausendstel Millimeter mit fünf Achsen und so weiter. Und eines Tages kam der zu mir und hat gesagt, hör mal, ich habe mit den Chinesen da irgendwelche Kontakte, aber ich brauche ein Akkreditiv. Und dann ist er zu Banken gegangen, hat nichts, nicht mal einen entsprechenden Kredit. Und dann ist er, aber es geht die Möglichkeit, wenn du mir so viel bürgst, dann kriege ich das Doppelte. Gut, wir haben das gemacht. Aber letztlich ist es, die Chinesen waren ganz scharf auf dieser Maschine. Mittlerweile haben sie ihn abgekauft für viel Geld. Was bringt das? Er hat jetzt Geld. Übrigens, mit Geld kann man nichts, nichts sozusagen erkaufen, was man wirklich liebt. Das ist wohl wahr. Ich weiß, dass du zu Hause ein großes Grundstück hast. Und da gibt es, glaube ich, auch Bieden. Von dir kriegst du nachher von uns auch ein Glas mit. Auf jeden Fall. Genau. Aber wir sind ja hier, um ein bisschen über KWK zu sprechen. Und KWK steht ja immer noch immer irrtümlicherweise so ein bisschen in der Schmuddelecke, dass wir als der Verbrenner von fossiler Energie gelten. Wie schaffen wir es, dieses Image nach vorne zu bringen? Heute und gestern haben wir schon ein bisschen was dafür getan. Wir sehen viele gute Beispiele, dass wir erneuerbar werden können. Aber du bist Experte der Kommunikation. Kannst du uns einen Tipp mit auf die Welt, auf den Weg geben, wie wir dieses komplizierte Thema einfacher machen können, wildlicher transportieren können? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie einen Kongress miterlebt, wo ich so viel gelernt habe noch. Und auch bestimmte Aspekte. Es ist ganz klar, es wird zu viel von Wasserstoff geredet. In Ordnung. Ist auch wichtig. Aber wenn Wasserstoff, dann müssen wir den selbst hier produzieren. Wobei es da gewisse Probleme gibt. Aber ich habe ja selbst Erfahrungen gemacht mit KWK. Und ich habe ein bisschen vielleicht vorausgedacht, als ich nämlich dieses Kleinheizkraftwerk da in meinem Keller, schon mittlerweile läuft es 32 Jahre, zwischendurch habe ich mal ein bisschen Probleme, weil der Service ist auch nicht das Ganze. Aber es liegt auch daran, dass einfach keine Handwerker mehr dieses beherrschen. Das ist auch wichtig, dass man die Kompetenz der Installateure beispielsweise da entwickelt. Und da habe ich damals schon 3000 Liter Wärmespeicher gebaut. Richtig schön isoliert. Der verliert, wenn nichts abgegriffen wird, am Tag vielleicht 0,1 Grad. Und das müsste wirklich, also ich glaube, die KWK, und deswegen muss ich sagen, dann bin ich hingegangen, im Sommer habe ich erkannt, läuft die ja nicht. Ich habe ja auch noch, vielleicht wäre das überflüssig gewesen, aber ich habe natürlich noch eine Thermosolar oben auf dem Dach. Und ich brauche das also nicht. Also für das Sechsfamilienhaus, wo ich das eingesetzt habe, läuft es nicht im Sommer. Man braucht, die Luxembräuer sind schlau. Die haben nämlich schon gefördert, dass wenn ein Neubau entsteht von einem Ein- oder Zweifamilienhaus, dann müssen die unten unter dem Keller ein riesiges Wärmereservoir schaffen. Also wir wissen ja, Wasser hat die höchste Wärmekapazität. Und da kann man anfangen, schon mit Thermosolar zu speichern. Aber wenn sie dann auch noch zusätzlich ein Kleinheitskraftwerk hätten, dann wären sie hundertprozentig raus. Da könnte das nämlich auch noch im Sommer laufen. Ja, hundertprozentig. Also das ist schon mal ein guter Tipp auf jeden Fall, auch für die Praxis, auch für Deutschland, dass wir sagen, ja, nicht nur 65 Prozent Erneuerbare, dann aber auch bitte gleich den Speicher, dass man diese 65 Prozent Erneuerbare im Gebäude auch sinnvoll am Gebäude produzieren kann. Und dann außen im Winter wieder ausspeichern kann. Das ist ein wertvoller Tipp. Du hast zum Thema Wasserstoff auch noch ein bisschen eine andere Meinung. Ja, ich wollte das eine sagen. Es gibt Technologien auch zur Wärmespeicherung. Ja, natürlich. Fisman zum Beispiel. Ja, wir nennen hier keine Markennamen. Niemals würden wir das tun, aber die können das auch. Da müssen aber trotzdem, auch die Großkraftwerke für die Kraft-Wärme-Kopplung müssen irgendwie eine Lösung finden, dass eben der Sommer überwunden wird. Ja, definitiv. Ich meine, da hinten hängt ja ein gutes Beispiel. Noch etwas, da ich eine ziemlich lange Wärmekapazität habe, bin ich zur Rheinenergie gegangen, die ich auch kenne und habe gesagt, passt mal auf, ich übergebe euch sozusagen das Management von meinem kleinen Heizkraftwerk. Und bitte, weil ich ja nur vier bis sechs Cent bekomme, ich weiß nicht, wie es heute ist, habe ich gesagt, schaltet das doch nur ein, wenn er Spitzenstrom braucht. Ihr seid auch in der Stadt, braucht man ja Spitzenstrom. Ich meine, im Sommer ist das ja, da haben sie abgelehnt. Und das ist ein Rat, den ich gebe. Also wenn die Kleinheitskraftwerke verteilt werden, dann muss man auch mit den Energie, mit den EUVOs das aufmachen, dass man denen sozusagen nur dann, aber mit großem Wasser speichern muss man. Also Wasser hat die höchste Wärmekapazität. Okay, dass man das kombiniert und das dann allerdings auch mindestens ein Anteil von dem Spitzenstrom, denn das ist der Teuerstrom, der kostet ja mittlerweile teilweise 30 Euro Cent. Ja, das braucht dann zwei Dinge aus meiner Sicht. Das Preissignal muss an der Anlage ankommen. Und wir müssen natürlich dann auch, damit es sich für den Anlagenbetreiber lohnt, entsprechend auch die Vergütung dafür bezahlen. Da bin ich vollkommen bei dir. Da ist noch einiges zu tun, um dann auch wirklich die kleinen KWK-Anlagen, sage ich mal, flexibel zu fahren. Aber aus meiner Sicht, vor 20 Jahren wäre es vielleicht kompliziert geworden. Heute mit dem Stand der Technik sollte das mal endlich möglich sein. Die Technologie existiert ja überall. Man weiß es, aber man führt es nicht zusammen. Und das ist auch oft der Wissenschaft. Ich habe ja auch die Wissenschafts-Pressekonferenz damals initiiert und ich war lange der Vorsitzende von den Wissenschaftsjournalisten. Da kann ich nur sagen, wir müssen dafür sorgen, dass Wissenschaft noch glaubwürdig bleibt. Und jeder Wissenschaftler bohrt tief und klicht in das Loch rein und ist in seinem kleinen Bereich, macht er große Leistungen. Aber es ist auch wichtig, dass man Zusammenhänge schafft. Und das versuche ich ein bisschen dem Wissenschaftsjournalismus zuzustehen. Oder auch, mittlerweile gibt es das Internet, die können ja untereinander. Aber jeder verfolgt sozusagen seinen Egoismus, den er ja hat, wird ja auch gefördert. Und deswegen kommt auch diese politische Korrektnis. Also ich will ja gar nicht Corona ansprechen, was da alles geschehen ist. Und das hat die Leute verwirrt. Und Wissenschaft muss glaubhaft bleiben. Und deswegen setze ich mich auch nach dafür ein. Also es muss auch Zusammenhänge sein. Und deswegen das, was wir jetzt auch, du willst ja noch wahrscheinlich was über Wasserstoff sagen, das gehört mit dazu. Nee, ich will ja gar nichts zu sagen. Ich gebe dir die Chance, dass du doch mal was dazu sagst zum Thema Wasserstoff. Wir müssen nämlich langsam zu Ende kommen. Und ich weiß, dass du zum Wasserstoff auch so deine Meinung hast und dass du auch durchaus andere Lösungen noch siehst und die dir am Ende herzuliegen. Nein, also alles, was in Deutschland, also wenn ich hier in Deutschland Wasserstoff produziere, das ist ja nur dann, wenn der Strom sozusagen Überfluss hat. Und damit wir nicht dafür Geld bezahlen müssen, um zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz das hinliefern müssen. Das ist richtig. Wir sollen hier auch Wasserstoff produzieren. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Aber wir können, wir dürfen nicht hingehen und glauben, wir könnten eine absolute Infrastruktur für Wasserstoff schaffen. Das kostet Unmenge Geld. Und es wird ja gesagt, man könnte das in die Erdgasnetze einbauen. Also Wasserstoff müssen wir vorsehen, ist sehr flüchtig. Und selbst die Autos. In Luxemburg hatten sie Busse mit Wasserstoff. Das haben sie wieder abgeschafft, weil es war zu gefährlich beim Tanken. 700 Bar, das ist ja die üble Tätigkeit, dass Wasserstoff eben ein Gas ist, was man ganz schwer verflüssigen kann, aber dann komprimieren. Aber da brauche ich ja auch Energie, adiabatische Energie brauche ich dafür. Und ich muss sich mal vorstellen, wenn ich Wasserstoff verflüssige, dann geht ungefähr ein Drittel der gesamten Energie, die ich nutzen könnte, geht verloren. Deswegen, also ich finde schon richtig, wenn man in Deutschland Wasserstoff, dann muss es an Ort und Stelle produziert werden. Aber wie sollen wir das transportieren? Gut, dann wird gesagt, wir machen es in Ammoniak. Nicht schlecht, aber dahinter steckt wieder Ideologie. Und zwar, na, es darf nur ja kein CO2 und diese sogenannte Dekarbonisierung, wenn das hundertprozentig, wie Liesin Müller glaubt natürlich, das ist alles hundertprozentig, das ist Teufelszeug, ein schlimmes Zeug, obwohl es ein extra Wertstoff ist, wenn ich es abfange. Und es ist ja mittlerweile auch verdammt teuer, es ist ja mittlerweile, es stehen sogar knapp, CO2 ist knapp, obwohl man es relativ ganz gut als Kohlensäure verflüssigen kann. Nein, also für die Welt ist das auch viel zu gefährlich mit dem Stickstoff. Kinder, wenn wir nur in Deutschland das Problem lösen, dann können wir sowieso einpacken, das bringt nichts. Wir opfern uns auf und bringen nichts. Wir müssen die einfachen Länder dazu überzeugen. Und wie können wir das? Man muss bedenken, die haben nicht das, nennen wir mal, hohe Bildungsniveau, das gilt ja mehr für Schöngeist, aber nicht für Naturwissenschaft, wie wir, wie uns, sondern wir müssen einen Stoff produzieren, der im Umgang auch, sagen wir mal, nicht katastrophal endet. Zum Beispiel wie Erdschweröl oder was das alles ist. Wir müssen ein Produkt, das ist Methanol. Methanol hat zwar immer noch das C da drin, verteufelt, genau wie Erdgas. Also hier in Deutschland könnte man das auch mit Erdgas bringen. Aber ich denke, die Technologie, CO2 abzufangen, ist mittlerweile entwickelt in Amerika und in Indien, haben die mittlerweile schon Kohlekraftwerke, also die eine ganze C-Reihe haben, um das abzuschützen. Also CO2-freie, abgasfreie Kraftwerke haben, die Kohlekraftwerke. Aber das ist bei uns auch. Und deswegen muss, meines Erachtens, die größeren Kraftwerke für Kraftwärmekopplung, müssen dieses Abfangen von CO2 möglich machen. Denn wie wollt ihr in Zukunft eure Energie herhaben? Wasserstoff. Was wir in Deutschland fangen, allein schon aus soziologischen Gründen. Du wisst ja überall, da gibt es ja Bürgerinitiativen gegen alles Mögliche. Das wird nie reichen. Wir müssen das auf Methanol. Übrigens, das würde eine Demokratisierung des Welthandels bedeuten. Denn wir sind dann unabhängig von irgendwelchen Monopolisten, zum Beispiel in Araber oder Russland oder so. Jedes Land, wo mehr Sonne und mehr Wind ist, als wir es haben hier bei uns in unseren Breiten, könnte ja, und dort vor allen Dingen, wo sich die Wüste erweitert, das Klimawandel, da könnte man hingehen und könnte diese Fläche, die kosten ja nichts, der grunnen Boden kostet ja nichts. Und mittlerweile gibt es eine neue Technologie, was die Photovoltaik anbelangt. Das ist die sogenannte Ferrozittechnologie, ohne Silizium, aber in mehreren Schichten. Sorry, ich unterbrüche dich ganz, 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 ganz ungern. Du musst mal Schluss machen. So ist das Leben tatsächlich. Es tut mir leid, ich bin in Quatsch. Du bist immer noch ein wunderbarer Erklärer. Ich könnte dir noch Stunden zuhören, nur ich weiß, dass die Züge nachher gehen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns die Welt erklärt hast. Wir sehen hier im Hintergrund nach wie vor noch ein tolles Bild. Du bist bekennender KWK-Finn. Ach, da sah ich noch gut aus. Ja, du siehst heute auch noch gut aus. Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst. Bleib lange gesund. Und Jean Pütz, meine Damen und Herren, und hier das Versprechen, Berliner Honig. Ich mache mir doch immer selbst meine Marmelade. Ja, schreib mal, wie er geschmeckt hat, ob er besser ist als deiner. Oh, ist das Apfel? Nee, das ist einfach Honig hier. Ach, Honig. Ich habe ja auch, das habe ich vergessen. Ich lebe CO2-neutral. Ich habe also CO2-Energie-Plus-Häuser da, wo ich jetzt am Land wohne. Und da habe ich auch meinen eigenen Honig. Deshalb, guck mal, wie der hier schmeckt. Und da sagst du uns mal, ob deiner besser ist oder dieser aus Berlin hier besser ist. Da habe ich sogar kristallisiert. Und zwar ist der streichfähig. Okay, danke schön. Danke.